Schlagersängerin Janice war in einen schrecklichen Verkehrsunfall verwickelt. Eigentlich wollte die Sängerin nur ins Tonstudio fahren und an ihrem neuen Album arbeiten, als sie auf der Autobahn einen Unfall hatte. Anhand der Fotos kann man sehen, dass dies ein schwerer Unfall war. Zum Glück haben alle Beteiligten überlebt. Janice konnte den Schwerverletzten an Ort und Stelle helfen, bevor der Krankenwagen eintraf. Der Grund für diesen schweren Vorfall war, dass der Unfallverursacher mit einem Handy am Steuer saß und nicht aufpasste. Es ist noch nicht bekannt, ob die Schlagersängerin das Handy in der Hand hatte oder die andere Person. Immerhin haben alle diesen schlimmen Unfall überlebt und hatten einen starken Schutzengel. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr auch so eine ähnliche Situation erlebt habt und abonniert den Kanal für weitere Schlager-News. Untertitelung des ZDF für funk, 2017